Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video soll es mal rund ums Thema umsetzen gehen. Ich glaube, das größte Problem, das die meisten Leute haben, wenn sie als Unternehmer starten, ist, dass sie einfach nicht Dinge fertig bekommen. Ich möchte euch hier heute ein paar Tipps geben, wie ihr schneller umsetzen könnt. Ich möchte euch ein paar Regeln geben, die ihr vielleicht auch in euren Arbeitsalltag integrieren könnt und die euch hoffentlich dabei helfen, jeden Tag mehr zu schaffen. Ich muss zwar allererst Folgendes sagen. Ich habe sehr großen Gefallen darin, Geld zu verdienen. Und wenn man das heutzutage so offen sagt, da gucken einen viele Leute sehr schief an. Und das finde ich immer so interessant an der deutschen Kultur. Doch gerade halt im Westen habe ich oft das Gefühl, dass Leute, die halt wirklich Interesse daran haben, viel Geld zu verdienen und die sich verbessern wollen, die ein Unternehmen aufbauen wollen und die vielleicht doch im positiven Sinne gierig sind, dass halt auf diese Leute meist herabgeblickt wird. Und ich glaube ganz ehrlich, dass man eher von solchen Leuten lernen kann. Zum Beispiel in meinem Fall ist es so, dass ich mich grundsätzlich immer an den Leuten orientiere, die besser sind als ich. Und da gibt es Haufen Weise. Und die eine Sache, die für mich immer wichtig ist, ist, dass ich mir niemals selbst einbilde, dass ich irgendwas im Leben erreicht habe. Und das sehe ich in finanzieller Hinsicht so, das sehe ich in persönlicher Hinsicht so. Ich habe immer diesen Fortschritt willen. Das heißt, für mich ist es wichtig, mich immer jeden Tag auf den Hosenboden zu setzen und zu sagen, Leon, du hast vielleicht einige Dinge erreicht, das ist auch schön und gut so. Bloß man sollte sich a. nicht auf diesen Dingen ausruhen. Und vor allen Dingen sollte man darauf achten, dass diese Dinge einen nicht irgendwie in eine höhere Position katapultieren. Im Sinne von, dass man selbst zu viel über sich selbst nachdenkt und sagt, ah, du bist ja so toll und du hast Geld verdient und so weiter und so fort. Das, wie gesagt, versuche ich immer nicht zu tun. Nämlich gerade bei vielen Leuten, und ich weiß jetzt nicht, ob das auf euch auch so wirkt, aber bei vielen YouTubern, bei vielen erfolgreichen Leuten ist es irgendwann so, dass die so ein bisschen hochnäsig werden. Dass die irgendwann vielleicht so ein bisschen versuchen, über den anderen zu schweben. Und ich weiß nicht, ob ich so wirke. Ich hoffe es natürlich nicht. Und das versuche ich auch jederzeit oder durchgehend mir immer zu sagen, dass, wie gesagt, finanzieller Erfolg nicht unbedingt bedeutet oder grundsätzlich nicht bedeutet, dass man sich für irgendetwas Besseres halten sollte. Das heißt, das A und O ist schon mal mit sich selbst zufrieden zu sein natürlich, aber man sollte sich selbst auch sagen, dass man halt nicht in Anführungsstrichen etwas Besseres ist. Ich weiß, das hört sich jetzt wirklich ganz, ganz eigenartig an, wenn ich das jetzt hier erzähle. Bloß ich weiß, dass es bei sehr vielen Leuten ein Problem ist, die auf einmal schnell erfolgreich werden, viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass viele Leute, die viel Geld verdienen, vielleicht früher mal in diesem Bereich in Anführungsstrichen ein Komplex hatten. Das heißt, die Leute, die früher zum Beispiel sehr wenig Geld hatten, haben meist auch einen stärkeren Drang, sehr viel Geld zu verdienen. Es sind aber auch oft die Leute, die dann beispielsweise Geld in Luxusgüter stecken, das heißt, sich irgendwelche schnellen Autos kaufen und so weiter und so fort, nur um andere Leute zu beeindrucken. Zum Beispiel für all die Leute, die jetzt mich kennen, ihr wisst ganz genau, ich fahre nur nicht mal ein Auto. Ich fahre überall mit meinem Fahrrad hin oder ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, obwohl ich mir, wie gesagt, ein schönes Auto leisten könnte. Es heißt nicht, dass ich das vielleicht irgendwann mal tun werde. Es kann gut sein, dass ich mir irgendwann mal ein schönes Auto kaufen werde, bloß es sollte grundsätzlich nie, so zumindest denke ich das, ein Mittel sein, um anzugehen. Das heißt, der erste Punkt, den ich dir hier geben möchte, um selbst effektiver zu werden, produktiver zu werden und mehr umzusetzen, ist grundsätzlich, sich selbst zu sagen, dass du zwar schon Dinge erreicht hast, aber dass du grundsätzlich dich nicht auf diesen Dingen ausruhen solltest und vor allen Dingen, dass dich Erfolg nicht zu einem besseren Menschen macht, keinesfalls. Du kannst natürlich durch Erfolg und durch, sag ich jetzt mal, Lebenserfahrung Leuten etwas mitgeben und vielleicht bist du auch irgendwann mal in einer lehrenden Position, bloß das heißt noch lange nicht, dass du über den anderen Leuten drüber schwebst. Dann der zweite Punkt und der ist für mich noch viel, viel wichtiger, ist, dass ich halt versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben. Das heißt, für mich zählt nicht unbedingt, wie viel Geld ich jeden Tag verdiene. Es ist natürlich auch wichtig, ich schreibe mir das auf, ich sage mir, okay, so und so viel Geld hast du heute verdient. Bloß, ich möchte vor allen Dingen eins, ich möchte mit mir selbst zufrieden sein. Zum Beispiel ein großes Problem, das ich früher hatte, ist, dass ich meine Zeit nicht effektiv genutzt hatte. Und als ich dann unternehmerisch tätig wurde, versuchte ich halt, meine Zeit immer effektiver zu verwenden. Und irgendwann merkte ich dann, aha, die Zeit, die ich jetzt praktisch jeden Tag in mein Unternehmen stecke, die bringt mich nach vorne. Und indem ich meine Zeit effektiv nutze, schaffe ich es natürlich auch, meine Einnahmen zu erhöhen. Dann der dritte Punkt ist der folgende, versuche immer, das, was bereits funktioniert, öfter zu tun. Zum Beispiel in meinem Fall ist es so, ich habe mir eine Sache gesucht, die wirklich gut funktioniert. Das beispielsweise sind Online-Kurse. Ich weiß, wie man Online-Kurs produziert. Ich weiß, wie man den Kurs publiziert. Ich weiß, wie man den Kurs vermarktet. Ich weiß, wie man mit Geld verdient. Und genau diesen Prozess wiederhole ich jetzt, wiederhole ich jetzt, wiederhole ich jetzt. Weil nochmal, du musst nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Du musst einfach nur das Rad, sage ich jetzt mal, verwenden und wie gesagt, den Karren jeden Tag ziehen, wenn man die Metapher soweit ausführen möchte. Dann der nächste Punkt ist natürlich auch nochmal der folgende, nämlich, wenn du schon den Karren ziehst und wenn du versuchst, halt jeden Tag die Zeit effektiv zu nutzen, ist natürlich das A und O, dass du immer mal wieder reflektierst und dir selbst sagst, nutze ich denn meine Zeit effektiv für etwas, was sinnvoll ist. Zum Beispiel, du könntest natürlich auch jeden Tag sehr effektiv sein und sehr viel schreiben möglicherweise, einen tollen Artikel verfassen oder viele tolle Social Media Posts machen und am Ende des Tages liegst du im Bett und sagst, ha, ich habe heute meine Zeit effektiv genutzt. Bloß wenn diese effektive Nutzung nicht auf ein Ziel führt, dann war es vielleicht auch nicht besonders effektiv. Du hast vielleicht die Zeit effektiv genutzt, aber die Zeit an sich, die du investiert hast, war vielleicht nicht effektiv in deinem Leben, hat dich nicht nach vorne gebracht. Das A und O ist also, wenn du beispielsweise jetzt ein Unternehmen aufbaust, dass du dir nicht nur sagst, ich versuche meine Zeit effektiv zu verwenden, sondern natürlich, und das ist der zweite Schritt dann eher, zu sagen, gut, ich versuche grundsätzlich erstmal, mir etwas zu suchen, was wirklich sinnvoll ist. Nämlich, ich denke persönlich, dass es wichtig ist, erstmal sich selbst zu entwickeln, das heißt, zeiteffektiv nutzen zu können, hart arbeiten zu können, smart arbeiten zu können und so weiter und so fort und dann sucht man sich etwas, wo man diese Fähigkeit drauf projiziert. Das heißt, dann sucht man sich etwas, wo man diese Fähigkeit anwenden kann. Das ist wie beispielsweise, nehmen wir an, du trainierst den ganzen Tag und baust große, starke Muskeln auf, da musst du dich natürlich fragen, was machst du damit? Was macht man mit diesen Muskeln, in Anführungsstrichen? Und genau dasselbe ist es natürlich auch mit persönlichen Eigenschaften. Nämlich, wenn du zum Beispiel extrem hart und sehr effektiv arbeiten kannst, muss man sich natürlich fragen, für was mache ich das Ganze? Woran kann ich hart und effektiv arbeiten? Das heißt, wenn du dann diesen Punkt gefunden hast, dann wie gesagt, hast du etwas, was dich im Leben weiterbringt und dann geht es halt nur nochmal darum, diesen Prozess zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. Ein Tipp, den ich grundsätzlich euch schon, denke ich, ein paar Mal gegeben habe, ist natürlich etwas, einen monetären Wert zu geben. Das heißt, dass du dir selbst im Leben sagst, okay, wenn ich jetzt ein YouTube-Video aufnehme, dann hat dieses YouTube-Video für mich einen monetären Wert von, sagen wir mal, 20 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt ein YouTube-Video abdrehe, weiß ich, ich habe ungefähr 20 Euro damit gemacht. In diesem Falle wird es zum Beispiel so sein, dieses Video jetzt hier, das wird mir wahrscheinlich nicht extrem viel Geld machen, ich würde mal sagen, das macht vielleicht 10 Euro oder so. Dafür, wie gesagt, musste ich jetzt keinen Content vorbereiten. All das, was ich euch jetzt hier gerade sage, fällt mir praktisch jetzt gerade erst so ein. Ich muss euch ehrlich zugeben, dass ich keine Skripte für meine Videos habe. Ich weiß noch nicht mal, was ich als nächsten Punkt euch nennen werde. Es ist meist eher so, dass ich halt anfange zu reden und dann mit der Zeit fallen mir diese Punkte ein. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt eine Fähigkeit, die viele Leute haben oder die meisten von euch werden sicherlich sagen, das könnte ich nicht. Aber das A und O ist halt für euch, dass ihr etwas findet, was ihr könnt und wenn ihr etwas könnt, dann versucht, diesem etwas einen monetären Wert zu geben und das Ganze so ein bisschen runterzubrechen auf die unterschiedlichen Produkte. Zum Beispiel in meinem Fall, wie gesagt, sagen wir mal, ein YouTube-Video macht mir im Durchschnitt 20 Euro und ich gehe halt wirklich davon aus, dass es vielleicht in seiner Lebenszeit 20 Euro verdient. Wenn es irgendwann mal 50 Euro macht oder 100 Euro macht oder wie viel auch immer, macht mich das natürlich sehr glücklich und ich bin dann zufrieden, bloß ich gehe davon aus, Minimum 20 Euro möchte ich mit diesem Video hier im Durchschnitt machen. Dasselbe gilt natürlich auch wieder für den Online-Kurs, nämlich nochmal diese Berechnungen, die ich ja dann mit diesen Summen mache, die müssen sich für mich lohnen. Nämlich, wenn ich beispielsweise sage, gut, ich kann drei Videos pro Stunde aufnehmen, dann weiß ich, hm, damit würde ich nur 60 Euro machen. Lohnt sich eigentlich so für mich nicht. Genau deswegen versuche ich halt, Content wiederzuverwenden. Das heißt, den Content, den ich schon mal aufgenommen habe, versuche ich dann nochmal mit anderen Videos zu verbinden und nochmal das Video hochzuladen. Da schaffe ich es dann zum Beispiel, sagen wir mal, ein einstundenlanges Video zu produzieren innerhalb von fünf Minuten und weiß dann halt, okay, ich habe das, die Zeit, die ich damals investierte, um die Videos aufzunehmen, nun nochmal, sag ich jetzt mal, zu Geld gemacht, um praktisch diese Zeit noch effektiver zu nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich nur Videos aufnehmen würde und ich würde die Videos nicht wiederverwenden, dann würde sich YouTube für mich nicht lohnen. Obwohl, wenn ich an die Kursverkäufe denke, doch, wahrscheinlich würde es sich dennoch lohnen, bloß es lohnt sich natürlich noch viel mehr, wenn ich Content wiederverwende. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin T-Shirt-Designer oder ich erstelle Online-Kurse oder ich kann Kindle-Bücher schreiben oder was auch immer, dann gib all diesen Dingen einen monetären Wert, zum Beispiel 100 Euro oder 1000 Euro oder wie viel auch immer und dann überleg dir, welches Ziel hast du jeden Monat. Sagen wir mal, du möchtest 10.000 Euro Mord verdienen, dann überleg dir, was musst du tun, um 10.000 Euro zu verdienen. Zum Beispiel nehmen wir an, du gibst jedem Kurs einen monetären Wert von 2.000 Euro, das heißt, du weißt, dass dieser Kurs mindestens in seiner Laufzeit 2.000 Euro macht, dann müsstest du halt 5 Kurse pro Mord erstellen, um auf 10.000 Euro zu kommen. Wenn du weißt, dass die Kurse vielleicht 5.000 machen, müsstest du gerade mal 2 erstellen und dann überlegt man sich, hm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 2 Kursen 10.000 Euro mache und ich schaffe 2 Kurse vielleicht schon in 2 Wochen zu erstellen, was mache ich mit den restlichen 2 Wochen? Klar, erstelle ich vielleicht nochmal 2 Kurse und mache mit 20.000 Euro. Dann, der nächste Punkt ist natürlich und der ist auch nochmal wichtig, dem Ganzen eine Hierarchie zu geben. Das heißt, sich zu überlegen, was macht mir am meisten Geld? Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir selbst sage, gut, es gibt einige Dinge, die machen mir sehr viel Geld und es gibt andere Dinge, die machen mir sehr wenig Geld. Die Dinge, die mir nicht besonders viel Geld machen, die versuche ich so passiv zu machen, wie nur irgendwie möglich, das heißt, outzusourcen, zu optimieren und so weiter und so fort, dass ich dann möglichst wenig Zeit investieren muss. Zum Beispiel, YouTube ist eine von diesen Einnahmequellen, die am Anfang wirklich nicht profitabel war, bloß dann mit der Zeit wurde sie immer profitabler. Ich verdiene wie gesagt Geld durch Sponsoren, durch Ad-Revenue, durch Kurse, die ich verkaufe, durch Coachings und so weiter und so fort und deswegen lohnt sich diese Einnahmequellen für mich. Am Anfang hatte ich wie gesagt diese Einkommensströme noch nicht, da hat es sich nicht gelohnt. Gut aber, dass ich dennoch diesen Weg ein bisschen weiter gegangen bin. Nämlich nur, weil sich etwas im Short-Term nicht lohnt, heißt es noch lange nicht, dass sich etwas im Long-Term nicht lohnt. Das heißt, gib Dingen Zeit, versuch vor allen Dingen halt dran zu bleiben an Dingen, jeden Tag dort dran zu arbeiten und wenn du vielleicht merkst, dass es nach sechs Monaten überhaupt nicht funktioniert und da kommt nichts mit rein und du siehst auch, dass es da keine Entwicklung gibt, dann vielleicht lass es liegen oder optimier es oder automatisier es, sodass du halt möglichst wenig Zeit damit verbringst. Dann, der nächste Punkt ist auch nochmal der folgende, nämlich versuche grundsätzlich immer jegliches Geld zu verdienen, das du verdienen kannst und ich weiß, das ist jetzt vielleicht so ein Tipp, der sich ein bisschen eigenartig anhört, aber bei mir ist es halt immer so, dass ich grundsätzlich nie Geld liegen lasse. Ich versuche jede Person, die mich anschreibt oder jede Person, die mir irgendeinen Deal gibt oder was auch immer dazu zu bringen, mir Geld zu zahlen und da kommen wir zum ersten Punkt zurück, den ich hier in diesem Video machte, nämlich die gute Gier nach Geld. Ich glaube, es ist grundsätzlich nicht schlechtes zu sagen, ich investiere Zeit darin, Geld zu verdienen, um mir selbst ein besseres Leben zu erarbeiten. Solange man andere Leute nicht über den Tisch zieht und solange man fair ist, denke ich, ist es wirklich nicht schlecht, wirklich nicht schlecht, nach Geld im Ausschau zu halten und versuchen, mehr Geld zu verdienen. Da ist absolut nichts verwerflich dran und da ist absolut nichts schlecht dran, dass es sogar eher etwas sehr Gutes ist. Man kobelt die Wirtschaft an, man gibt sein Bestes, sich selbst ein besseres Leben aufzubauen, seinen Freunden vielleicht zu helfen, man kann auch Geld zurückgeben und so weiter und so fort. Und das war zum Beispiel eine Vision, die ich euch auch schon hier vor einiger Zeit auf dem Kanal offenbarte, in Anführungsstrichen. Ich würde sehr gerne eines Tages mehr zurückgeben wollen. Zum Beispiel derzeit bin ich noch an dem Punkt, wo ich wirklich in meiner eigenen Tasche arbeite. Das heißt, ich bin derzeit an dem Punkt, wo ich Geld verdiene, weil ich halt selbst dieses Geld in Anführungsstrichen brauche, um mich finanziell abzusichern. Bloß eines Tages, wenn es wirklich genug Geld ist oder so viel Geld ist, dass ich Geld zurückgeben kann, beziehungsweise ein Projekt investieren kann und so weiter und so fort, wäre das auf jeden Fall ein Schritt, den ich sehr, sehr gerne gehen würde. Und ich glaube, genau diese Möglichkeit hast du halt nicht, wenn du den ganzen Tag dir darum Sorgen machen musst, wie viel Geld denn tatsächlich jetzt auf deinem Konto ist und du denkst dir vielleicht, Mist, jetzt habe ich wieder nur noch 20 Euro für die nächsten, sag ich jetzt mal, vier Tage zum Ausgeben oder möglicherweise habe ich jetzt nur noch 200 Euro auf dem Konto, aber ich habe doch noch ein paar Wochen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einer Position bist, wo du finanzielle Freiheit hast, kannst du natürlich anderen Leuten sehr, sehr viel mehr zurückgeben und dann macht es auch sehr, sehr viel mehr Spaß, Leuten etwas zurückzugeben. Und einer der Punkte, den ich euch auch noch mal geben möchte hinsichtlich Umsetzen, ist natürlich auch noch mal der folgende, nämlich wenn ihr bereits am Umsetzen seid, dann versucht halt im Prozess euch immer weiter zu optimieren. Das heißt, habt diesen Fortschrittswillen. Versucht grundsätzlich jeden Tag immer ein bisschen besser zu werden. Nämlich wenn ihr jeden Tag nur so ein bisschen, ein bisschen besser werdet, ein bisschen effektiver werdet, wird das irgendwann ein exponentieller Prozess und ihr werdet erfolgreicher werden, werdet bessere Kurse produzieren können, falls ihr nun Kurse produziert oder werdet mehr Bücher schreiben oder werdet mehr Coachings geben oder werdet vielleicht neue Wege finden, Geld zu verdienen, ihr werdet mehr Leute anziehen und so weiter und so fort. Ich glaube erst mal, wenn man wirklich das Thema Geld gemeistert hat und ganz genau weiß, wie es funktioniert, dann ist das mit Abstand einer der wichtigsten, oder vielleicht einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Fähigkeiten im Leben. Nämlich nochmal, du kannst zum Beispiel wirklich smart in, sagen wir mal, Physik sein oder du kannst ein toller Tänzer sein oder du kannst, sage ich jetzt mal, ja, Ahnung davon haben, wie man ein wunderschönes Gemälde malt. Bloß, wenn du halt wirklich nicht weißt, du hast keine Ahnung davon, wie man im Leben finanziell nach vorne kommt, dann ist man halt immer in diesem Hamsterrad drin und genau das, wie gesagt, versuche ich euch irgendwie wegzunehmen, dieses Hamsterrad und einfach mal zu sagen, probiert es doch mal auf eigene Faust. Vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es nicht, aber es nicht zu probieren, wäre wie gesagt der größte Fehler. Heißt also, meine Tipps hinsichtlich Umsätzen sind, versuche dich durchgehend zu optimieren, sei dir halt sicher, dass du allen Dingen einen monetären Wert gibst, sei ruhig ein wenig gierig nach Geld, versuche grundsätzlich nie durch deinen finanziellen Erfolg dich irgendwie über andere Leute zu stellen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, das A und O ist eher dann zu sagen, okay, ich bin in dieser Position, ich bin in einer Lehrendenposition, ich kann anderen Leuten helfen, nach vorne zu kommen und vor allen Dingen, wenn du halt mehr umsetzen möchtest, dann versuche natürlich auch, sag ich jetzt mal, Gefallen daran zu finden, umzusetzen und halt mit Dingen fertig zu werden. Versuche dir wirklich einzuprägen oder versuche dir vorzustellen, wie es ist, wenn du einen bestimmten Erfolg hattest. Das ist zum Beispiel eine Person, die ich da mal zitieren möchte, was ich ganz interessant fand, nämlich ich hatte vor ein paar Tagen mal eine Reportage über Arnold Schwarzenegger gesehen und es war interessant, wo er nämlich über seine Bodybuilding-Karriere sprach und meinte praktisch, er würde, der einzige Grund, warum er so erfolgreich wurde in diesem Bereich oder grundsätzlich im Leben, als, sag ich jetzt mal, Schauspieler oder als Gouverneur oder wer auch immer, er hat sich immer ganz genau vorgestellt, wie es aussieht, dort zu sein. Das heißt, wie es aussieht, zum Beispiel halt bei ihm ja Mr. Olympia zu gewinnen oder zum Beispiel, wie es ist, Gouverneur zu sein oder wie es ist, der erfolgreichste, ja, sag ich jetzt mal, Actor zu sein, der erfolgreichste Schauspieler zu sein und so weiter und so fort. Und bei mir ist es halt zum Beispiel so, dass ich mir überlege, wie viel Geld möchte ich mit etwas verdienen? Das heißt, ich überlege mir ganz genau, wie viel Geld ich damit verdienen möchte und dann überlege ich mir, welche Schritte muss ich tatsächlich gehen, um dort hinzukommen. Diese ganzen kleinen Schritte gehe ich dann hintereinander, egal was es kostet und dann weiß ich halt auch, dass ich irgendwann an diesem Punkt ankommen werde und mein Ziel realisieren werde. Aber gut, das war es dann hier für dieses Video. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann gehe doch gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.